Musik Oh, lieber Papa, wir vermissen dich so. Du Schatz, hast du alles? Dann können wir zum Kindergarten. Nein, Mama, die Brotdose fehlt. Ah, stimmt. Gut, dass du es gesagt hast. Ich hole schnell die Brotdose. Jetzt aber Beeilung. Was ist denn jetzt los? Wieso klingelt das Telefon? Ach Mann, ich bin so gestresst. Ich muss doch klarer zum Kindergarten fahren. Okay, ich brauche jetzt nicht abzunehmen. Ich muss mich jetzt schließlich um meine Tochter kümmern. Hier, Schatz. Aber Mama, wieso hast du mir heute kein Brot eingepackt? Schatz, tut mir leid. Ich war heute sehr im Zeitdruck. Alles gut, Mama. Sonnenblumenkerne mag ich auch total. Dann ist ja gut. Bevor es weitergeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like hinterlässt und die Glocke aktivierst, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Ich muss jetzt ganz schnell gehen. Schau mal, alle Kinder erwarten dich schon. Ja. Huch, endlich da. Hallo. 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 Klaus, Entschuldigung für die Störung, aber hättest du vielleicht noch ein paar Blätter? Nee, tut mir leid. Meine sind alle weg. Okay, trotzdem danke. Oh, hallo Chef. Tut mir leid für die Störung, aber kommen Sie mal bitte. Ja, okay. Und was geht's? Das besprechen wir im Büro. Also erstmal tut es mir wirklich sehr leid, es jetzt sagen zu müssen. Was? Um was geht es? Wir haben leider beschlossen, ein paar Leute, die hier arbeiten, zu feuern. Was? Das können Sie nicht tun, bitte. Ich bin allein entziehen, da mein Mann vor kurzem gestorben ist. Ich muss mich um meine Tochter kümmern. Ich kann jetzt nicht obdachlos werden. Es tut mir wirklich sehr leid, aber wir alle haben das entschieden. War ja nicht nur meine Entscheidung. Bitte, das können Sie mir nicht antun. Tut mir so leid. So, Sie müssen jetzt diesen Zettel unterschreiben, bitte. Hier haben Sie Ihren Zettel. Hey, bitte, seien Sie nicht sauer auf mich. Es war nicht meine Entscheidung. Deswegen. Und tut mir nochmal sehr leid. Ich verstehe das nicht. Ist deine Schicht jetzt schon vorbei? Ja. So früh? Für immer. Es ist nun mal so. Lebt wohl, Arbeitskollegen. Um Himmels Willen sind wir auch dran? Anscheinend schon. Es sind mehrere dran. Michael Kettler, bitte. Was um Himmels Willen? Bitte nicht. Es ist so, wie es ist. Kommen Sie mit. Na, Schatz, wie war dein Tag? Mein Tag war großartig. Ja, das war so lustig. Ich wünschte, ich könnte das Papa erzählen. Alles ist gut, mein Schätzchen. Ich glaube, er hat dir gerade von oben zugehört. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, er sieht alles, was wir machen, weil er ja oben in den Wolken ist. Ja, genau. Mama, ich sehe, dass etwas mit dir nicht stimmt. Das sehe ich. Immer. Na, komm, Mama, du kannst es mir erzählen. Ich bin deine Tochter. Na, komm. Ja, vielleicht wird es so langsam Zeit, dir es zu erzählen. Setzen wir uns dazu aufs Sofa? Mhm. Also, Schatz, du fragst dich ganz sicher, wieso ich so traurig bin. Wegen Papa, richtig? Ja, auch. Aber heute ist etwas sehr Schlimmes vorgefallen. In der Arbeit? Ja, genau. Oh, ich wurde gefeuert. Oh, nein. Warum denn das? Mein Chef hat anscheinend mit seinen Kollegen besprochen, dass sie in Zukunft Leute feuern werden. Aber wieso dann dich? Oder wieso ausgerechnet Leute feuern? Das ist doch total gemein. Na ja, weil die Plätze in der Arbeit alle besetzt waren. Und mittlerweile jetzt nicht mehr, da wir gefeuert wurden. Mami, das ist so gemein. Nein, haben wir jetzt gar kein Geld mehr. Momentan haben wir glücklicherweise noch ein bisschen, dass wir essen und trinken ausreicht. Aber in einem Monat wird das natürlich nicht mehr so sein, da ich ja nicht mehr arbeite. Und so schnell kann ich mir schließlich keinen Job mehr suchen. Was machen wir jetzt bloß? Was machen wir jetzt bloß? Abwarten. Oh, wie süß. Sie ist eingeschlafen. Na ja, Zähne putzen und sich zu Schlafanzug anziehen kann sie jetzt leider nicht mehr. Es ist auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, sie brauchte einfach ihren Schlaf nach dem Tag. Gute Nacht, mein Schätzchen. Ich hab dich so lieb. Und ich brauch definitiv auch meinen Schlaf. Ein Monat später. Mami. Ja, mein Schatz. Dürfte ich vielleicht ein bisschen draußen im Garten spielen? Aber klar doch, mein Schatz. Yay, danke. Du bist die Beste. Oh, Moment mal. Was liegt denn da im Briefkasten? Ein Brief? Vielleicht der für mich. Ich geh gleich zu Mama. Mama, Mama. Oh, was hast du denn da in der Hand? Ein Brief. Vielleicht ist er ja für mich. Dann zeig mal her. Oh nein. Was denn? Das ist ein Brief von der Gemeinde. Was will denn die Gemeinde? Gucken wir mal rein. Aber ich hab da so eine Befürchtung. Oh nein, ich hab's gewusst. Was denn? Sarah, ich hab selber in der letzten Zeit festgestellt, dass mir das Geld ausgeht. Ich meine, ich arbeite ja nicht mehr. Und von wo kommt dann das Geld? Wir gehen ja immer einkaufen. Das Geld ist weg. Ah. Dort steht noch was Schlimmeres. Da wir die Miete des Hauses nicht mehr bezahlen können, müssen wir es abgeben. Das heißt, wir sind endgültig obdachlos. Es ist nun mal so. Wir können die Miete des Hauses nicht länger zahlen. So viel Geld haben wir nicht mehr. Müssen wir jetzt Sachen packen? Ja. Jeder nimmt einen Koffer mit den Lieblingssachen, okay? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Mein Kuscheltier. Piepsi. Das ist mein Lieblings. Aber ich brauch noch die anderen. Das hab ich von Papa gekriegt. Das hab ich von Papa gekriegt. Ah. Schätzchen, ich kann deinen Koffer tragen. Tschüss, liebes Haus. Haha. Tschüss. Tschüss. Na dann machen wir uns mal auf den Weg. Wohin sollen wir denn gehen? Das weiß ich leider auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Na wir suchen nach einem Platz, wo wir schlafen können. Wir haben ja kein Haus mehr. Ach so, okay. Oh je Miné, Schatz. Du siehst ja total überhitzt aus. Ja. Von ganzem Laufen. Ich brauche Wasser. Na hoffen wir mal, ob ich an Wasser gedacht hab. Puh, wir haben Glück. Eine Flasche. Das ist gut. Weiter geht's. In der Nacht ist ein Wunder geschehen. Es hat geschneit. Och man, es sickt Schnee und Clara schläft. Sie hätte bestimmt Spaß. Aber egal. Morgen ist helllichter Tag. Da können sie dann schön im Schnee spielen. Aber es ist irgendwie voll kalt. Ich bin nur so dünn angezogen. Und die arme Clara, sie ebenso. Muss ich jetzt damit leben? Gute Nacht, Clara. Süße Träume. Am nächsten Morgen. Mama, es sickt Schnee. Der Wahnsinn. Ja, gestern abends hat's geschneit. Aber warte, wo sind wir denn hier? Das ist ein verlassenes Grundstück. Hier wohnt sowieso keiner mehr. Können wir uns irgendwo aufwärmen? Ich glaub nicht. Wir können schließlich nicht in ein Zuhause einbrechen. Und was ist hier mit? Nee, ich glaub, wir dürfen da nicht hin. Alles klar. Lass uns heute woanders hinziehen. Hier können wir nicht länger bleiben. Wir müssen irgendwo hinziehen, wo es keinen Schnee gibt. Ja, sonst erfrieren wir. Oh, hier scheint kein Schnee zu sein, da es hier eine Überdachung gibt. Das ist gut. Mama, es ist so toll. Wir haben was gefunden, wo wir überleben können. Ja. Du Mami, du weißt ja, bald ist Weihnachten. Glaubst du, wir schaffen es, Weihnachten zu feiern? Ach, ich weiß es nicht. Was hättest du dir denn gewünscht? Na, du weißt das doch. Das war mein ganz großer Wunsch. Ah, stimmt. Aber wenn ich momentan nicht so viel Geld hab, eigentlich gar kein Geld, dann können wir Weihnachten dieses Jahr vergessen. Nein, 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 nein. Mach dir nichts draus, Schatz. Wir finden schon eine Lösung. Das hoffe ich. Mami, langsam krieg ich Hunger. Alles klar, ich suche jetzt ein bisschen Essen auf und ich hätte eine Bitte an dich. Kannst du bitte die ganze Zeit hier bleiben und nicht von dem Platz weggehen? Nämlich, ich will nicht noch jemanden verlieren. Ja, natürlich laufe ich nicht weg. Ich bin die ganze Zeit hier. Ich spiele mit meiner Mausi. Na, das freut mich. Ich gehe jetzt ein bisschen Essen aufsuchen. Oh, hier ist ja eine Müllhalde. Aber hier gibt es leckere Früchte und Gemüse. Dann pflücke ich mal ein paar davon. Mist, ich brauche eine Tasche. Da nehme ich einfach das hier. Jetzt will sich Klara sicher freuen. Bin wieder da. Ach mein Schatz, du solltest doch schlafen. Papa, Papa, ich fühle mich richtig dreckig in den Klamotten. Aber wir haben keine anderen Klamotten für dich. Vielleicht findest du ja irgendwelche alte Klamotten hier auf dem Schrottplatz. Die sind immerhin besser als diese dreckigen Klamotten, die wir gerade tragen. Die wurden seit langem nicht mehr gewaschen. Vielleicht hast du ja recht. Ich gehe jetzt mal suchen und du legst dich bitte ins Bett, okay? Ja. Mein Schatz, ich habe alte Klamotten gefunden. Oh wirklich, wie gut. Eine Windel für dich, wenn das okay ist? Ja, besser als das hier. Und für mich noch so ein altes Zeug. Dann lass uns mal umziehen. Ach, viel bequemer. Danke, Mami, dass du alles tust, was ich will. Bitte mein Schatz, hopp, hopp, geh schlafen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Oh nein, wer schreit denn um Hilfe? Ich gehe mal nachsehen. Ich hoffe, Clara wacht nicht auf. Oh nein, Ihnen ist ja total kalt. Warten Sie, Sie haben doch gar nichts. Nicht mal eine Matratze, wo Sie schlafen können. Ich gebe Ihnen meine Matratze. Dann ist Ihnen hoffentlich nicht mehr so kalt. Oh, das ist ja lieb. Aber was machen Sie dann? Sie sind etwas älter. Sie brauchen die Matratze eher als ich. Ich kann mich auch auf die andere Matratze zu meiner Tochter hinlegen. Ich bin gleich da. Warten Sie bitte. Okay, vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es Ihnen gut machen kann. Noch nie war jemand so nett zu mir. Alles gut. Na dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht. Das werde ich hoffentlich haben. Mama, Mama, Mama. Oh mein Schatz, guten Morgen. Was ist denn? Ich habe riesigen Hunger und mir ist richtig kalt. Was machen wir? Ich werde uns was zu essen besorgen. Alles klar. Bis gleich. Oh nein, das Obst und Gemüse wächst nicht mehr nach, da ich ja keine Samen mehr habe. Wie schade. Ist das nicht ein alter Pizza-Wagen? Aber ich glaube nicht, dass da noch Essen drin ist. Das ist schon alt und kaputt und keiner sitzt mehr drin. Ich kann ja mal rein spiegeln. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Überwiegend voll Essen. Das reicht ja für Monate. Wir haben glaube ich so Hunger, dass wir gleich alles leer essen wollen. Perfekt, da hat alles reingepasst. Oh, lecker. Weißt du was, mein Schatz, gestern Nacht bin ich einem Mann begegnet. Er war auch obdachlos, genauso wie wir. Ich dachte, vielleicht könnten wir mit ihm das Essen teilen. Ja, das wäre eine sehr gute Tat. Na dann, gehen wir mal hin. Hallo. Oh, hallo. Schön, dass Sie mich wieder besuchen. Wollen Sie vielleicht Ihre Matratze zu uns rüberbringen, dann sind Sie nicht so alleine. Denn immer wenn ich Essen für uns hole, hole ich gleichzeitig für Sie auch Essen. Oh, das ist so lieb von Ihnen. Ist doch viel besser so, dann sind wir nämlich zu dritt und nicht zu zweit. Na, wie war das Angebot? Aber natürlich, das würde mich so freuen. Dann müssten Sie nicht selber auf Essenssuche gehen. Sie sind nämlich schon etwas älter und sollten sich ausruhen. Und da es total kalt hier draußen ist, sind hier auch keine Leute. Deswegen wäre es besser, wenn Sie bei uns sind. Und da ist das Stück. Dann wäre es besser, wenn Sie bei uns sind. Wenn Sie sich bei uns sind, dann sind wir mal wieder. Und da ist das Stück. Und das Stück. Und da ist das Stück. Und da sind die Leute. Schauen Sie mal, viele Leute sind gerade vorbeigelaufen. Und nur einer davon hat uns Geld gegeben. Die anderen tun so, als ob wir gar nicht existieren. Ja, so ist es halt leider. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass Sie bei uns sind. Wie heißen Sie überhaupt? Mein Name ist Günther. Und wie heißen Sie und Ihre Tochter? Also meine Tochter heißt Clara. Und mein Name ist Mariana. Und wissen Sie was? Ich freue mich wirklich, wenn ich auf Essenssuche gehe. Denn da muss Clara nicht alleine bleiben, denn sie sind ja bei ihr. Genau, dann kann ich immer mit ihr spielen. Ein paar Wochen später. Wisst ihr was? Ich habe eine tolle Nachricht. Ich habe wieder einen Job gefunden, sodass wir zumindest unser eigenes Essen kaufen können. Es wird aber leider nicht für eine eigene Wohnung reichen. Von daher bin ich einfach froh, dass wir überhaupt ein bisschen Geld verdienen. Ja, super Mama. Mama. Ich hoffe so sehr, dass wir beim nächsten Weihnachten eine eigene Wohnung haben. Dann kann ich endlich meine so sehr gewünschten Geschenke bekommen. Ja, vielleicht. Das weiß man ja nie, ob wir das schaffen oder nicht. Ja, hoffen wir es mal. Einen Monat arbeitet die Mama von Clara schon. Und mittlerweile hat sie schon so viel verdient, dass das Geld für Essen und Kleidung ausreicht. Günter, Clara, ich gehe jetzt einkaufen. Und anschließend habe ich noch eine Überraschung für euch. Bis später. Zwei Stunden später. Mama, du bist da. Ja, genau. Einmal habe ich für uns Essen mitgebracht. Und Kleidung. Was für ein Glück, euch getroffen zu haben. Und ich finde es so gut von ihnen, dass sie sich sogar um mich sorgen, obwohl ich gar nicht zur Familie gehöre. Oh, das tue ich natürlich sehr gerne. Und du bist doch auch ein Teil der Familie. Oder nicht, Clara? Ja, wir haben dich jetzt so lieb gewonnen. Danke. Ich euch auch. Na dann müsst ihr jetzt die Kleider anprobieren. Und anschließend essen wir gemeinsam. Mhm. Ja. Wow, ich gefalle mir so. Danke, Mami. Bitte, bitte. Sie sehen wirklich großartig aus. Ja, sie auch. Und du auch, mein Schätzchen. Hm, Donuts. Yum, 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 yum. Ah, Günther, damit ich das nicht vergesse. Ich habe noch etwas für dich gekauft. Oh, noch mehr? Das ist doch gar nicht nötig. Das reicht mir aus. Das wirst du vielleicht brauchen. Was kann das wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch total gespannt. Oh nein, das ist doch wirklich nicht nötig. Oh doch, das ist es. Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass es deinen Beinen nicht mehr so ganz gut geht. Deshalb habe ich mir gedacht, damit wir gemeinsam spazieren gehen können oder sogar essen gehen können, kaufe ich dir einen Rollstuhl. Das ist wirklich so nett von Ihnen. Vielen Dank. Gar kein Problem. Na dann, setzen Sie sich doch mal drauf. Das ist wirklich bequem. Freut mich. Der ist für dich, mein Schatz. Danke. 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 Das war wirklich sehr köstlich. Vielen Dank nochmals. Ja, Mama. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Mühe für uns gibst. Alles gut. Ihr müsst wissen, dass ich das gerne tue. Ha, ha, ha. Die Luft ist rein. Ha, ha. Und jetzt schnell weg von hier. Ha, hab ich heute gut geschlafen. Nanu, warum ist denn Mamas Koffer offen? Das war doch gestern nicht so. Die ganze Zeit ist nur mein Koffer offen. Mama, aufwachen, aufwachen. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Mama, Mama. Ich glaube, bei uns wurde eingebrochen. Schatz, was redest du denn da? Doch, Sino, dein Koffer war gestern nicht offen. Und der Geldbeutel ist weg. Um Himmels Willen. Ich verstehe das nicht. Wieso sollte jemand bei uns einbrechen? Günther, Günther, unser Geldbeutel wurde geklaut. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht. Wie kann man uns einfach berauben? Wir, die armen Menschen. Warum ausgerechnet wir? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir wieder keinen Cent mehr und ich muss wieder im Mülleimer nach Essen suchen. Sonst verhungern wir ja, denn ich habe hier jetzt kein Geld mehr. Und das Ganze, bis ich dann am Ende des Monats wieder Geld verdient habe. Oh, das tut mir sehr, sehr leid für sie. Aber seien Sie sicher, guten Menschen wird doch am Ende Gutes passieren. Ach, ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Sei dir sicher, das verspreche ich dir. Okay, danke. Das hoffe ich. Ein paar Monate später Du, Mama? Ja, Schatz, was ist denn? In nur drei Wochen ist schon Weihnachten. Und wir sind immer noch auf der Straße. Und ich hatte doch einen großen Wunsch. Es tut mir so leid, mein Schätzchen. Ich wünschte, ich könnte es ändern. Guten Appetit. Danke, ebenso. Dankeschön. Oh, mir geht es plötzlich total schlecht. Oh nein, Günther, was ist denn? Ich muss mich kurz hinlegen. Günther, du brauchst Wasser, richtig? Besser? Besser? Nein. Ich muss mich, glaube ich, nur ein bisschen ausruhen. Günther, ich glaube, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen, so schwach du da liegst. Zum Glück habe ich diesen Monat wieder etwas verdient. Das würde für eine Untersuchung reichen. Bring mich bitte einfach zum Krankenhaus und mach dir wegen Geld keine Sorgen. Ja, wie, wie, wie mache ich mir keine Sorgen? Das glaube ich nicht. Schauen Sie mal hier, in meiner Hosentasche war eine Krankenversicherung. Du hast eine Krankenversicherung? Wie kommt es? Du wirst schon früh genug alles erfahren. Na, dann können wir los. Danke. Oh, Herr von Gutenberg, wie sehen Sie denn aus? Was ist mit Ihnen passiert? Kennen Sie ihn? Ja, natürlich. Bringen Sie ihn bitte aufs Zimmer. Hier die Krankenversicherung. Vielen Dank. Oh, Herr Gutenberg, was ist denn mit Ihnen passiert? Wie sehen Sie denn aus? Was ist denn los? Sind Sie auf der Straße gelandet oder so? Was ist mit Ihrer Villa? Mama, Günther scheint hier sehr bekannt zu sein. Wie kann das sein? Er ist doch so arm. Ja, das verwundert mich auch. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommt, dass ihn alle Leute kennen und so gut behandeln. Mama, kann ich kurz unten im Wahlzimmer ein bisschen spielen? Ja, okay. Es könnte sowieso hier noch ein bisschen länger dauern. Okay. Ähm, Entschuldigung, ich hätte eine Frage zu Günther. Ja? Wie kann es sein, dass ihn hier jeder kennt? Na ja, Günther? Der spendet sehr viel Geld für das Krankenhaus. Was? Er spendet Geld? Aber er hat doch gar kein Geld erlebt auf der Straße. Nein, das stimmt gar nicht. Wie kommst du denn darauf? Ja, er hat mit uns Monate auf der Straße gelebt. Ja, aber das glaube ich doch nicht. Kann es vielleicht sein, dass er verrückt geworden ist oder so? Schatz, ich dachte, du spielst im Wartezimmer. Mama, ich erfahre gerade etwas über Günther. Was denn, mein Schatz? Er spendet angeblich ganz viel Geld für das Krankenhaus. Deswegen kennen ihn hier alle. Was? Und dann habe ich gerade gesagt, dass er mit uns Monate auf der Straße gelebt hat. Also das kann ich wirklich bestätigen. Er hat wirklich mit uns monatelang auf der Straße gelebt. Hm, das ist ja seltsam. Dem Herr von Gutenberg geht es sehr, sehr schlecht. Ich glaube, er schafft es nicht mehr. Oh nein! Dürfen wir zu ihm gehen? Ja, er verlangt noch euch. Günther, ich hoffe, es geht dir gut. Wir machen uns solche Sorgen um dich. Ja, das freut mich sehr. Das Beste, was mir passiert ist, ist, dass ich euch kennengelernt habe. Aber warum sagst du denn sowas? Ich habe lange nach guten Menschen gesucht und endlich habe ich euch gefunden. Denn jetzt kann ich mit einem guten Gewissen sterben und weiß, dass mein Besitz in guten Händen erhalten wird. Was meinst du denn mit Besitz? Leider verlassen mich meine Kräfte. Ich kann leider nicht mehr so viel weiterreden. Ich möchte mich von euch verabschieden. Ich möchte nicht, dass ihr seht, wie es mir dann noch schlechter geht. Hm. Wir werden dich so vermissen. Ja. Ich kann das nicht. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Wir hoffen, dass du weißt, dass wir dich sehr, sehr lieben. Ich liebe dich so sehr, Opa Günther. Ich euch auch. Ihr seid mir so sehr ans Herz gewachsen. Leider ist Herr von Gutenberg gestorben. Er hat hier aber einen Wunsch hinterlassen. Und das hier ist sein Testament. Ich lese es ihnen vor. Dort steht, liebe Mariana und Clara. Ich freue mich so sehr, dass ich euch getroffen habe. Das ist das Beste, was mir am Ende noch passieren konnte. Ich habe lange, lange nach jemandem gesucht, dem ich meinen Besitz, wenn ich gestorben bin, geben kann. Denn ich habe keine Kinder und keine Familie mehr. Ihr habt euch um mich sehr, sehr gut gekümmert. Ihr habt mich wie ein Familienmitglied angenommen. Und deswegen seid ihr genau die Richtigen. Hiermit übergebe ich euch mein ganzes Besitz. Ihr dürft alles haben, wenn ich gestorben bin. Und zwar alles. Und das ist sehr viel Geld und Besitz, was ich hinterlassen werde. Ich hoffe, ihr werdet euch sehr freuen. Liebe Clara, ich hoffe, dass ihr die Mama alle Wünsche in diesen Weihnachten erfüllt. Dieses Mal soll es an Geld nicht liegen. Und ich hoffe, dass du mich in guter Erinnerung behalten wirst. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt, wie ihr seid und habt viel Spaß mit dem Geld. Euer Günther Das ist das Schönste, das ich jemals gehört habe. Ich vermisse Günther so. Oh ja. Ein paar Tage später ist Clara mit ihrer Mutter in die Villa von Günther eingezogen. Sie sind sehr glücklich und möchten natürlich ihr Glück mit den anderen teilen. Also laden sie alle Obdachlosen ein, damit sie gemeinsam Weihnachten feiern. Hallo und frohe Weihnachten. Es ist so schön, dass ihr alle kommen konntet. Nichts zu danken. Das war sehr lieb von ihnen. Viel Dank. Bitte, bitte. Und jetzt wünschen wir euch allen einen guten Appetit. Guten Appetit euch alle. Danke, Kleine. Euch auch. Frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Günther, wo auch immer du bist, wir möchten dir vom ganzen Herzen danken. Ja! Und ich möchte dir auch sagen, dass wir es so genießen und Clara dankt dir ein ganz tolles Weihnachten erlebt. Und wir danken dir auch noch dafür, dass wir in Zukunft mit deinem Geld den anderen Obdachlosen helfen werden. Und dass wir mit dem Geld, das du uns hinterlassen hast, Gutes für die anderen Menschen tun werden. Das möchten wir dir sagen. Wir lieben euch! Schatz, gerade sind so viele Leute vorbeigelaufen und nicht mal einer hat eine einzige Münze in die Dose geworfen. Und ganz viele haben uns so doof angeguckt. Manche Leute sind wirklich sehr gemein. Ach, guten Morgen, Mama! Guten Morgen, mein Schatz! Ich hab riesigen Hunger! Ja, wir gehen später in den Container nachsehen und dann können wir gucken, ob da irgendetwas zum Essen drin ist. Alles klar, zum Überbrücken kann ich eine Schokolade essen. Das ist das Einzige, was ich noch auf Lager hab. Jetzt fühle ich mich schon etwas besser. Wenn du willst, kann ich mit dir nach Essen suchen gehen. Ich hab sehr Hunger. Ja, okay. Dann bis später. Bis später. Bis später. Bevor es weiter geht, gebt bitte dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich verstehe das nicht, Papa. Wie kann man nur so gutes Essen einfach wegwerfen? Das ist wirklich traurig. Nämlich arme Leute wie wir haben ja kein Essen. Und dann kommen so Leute, die etwas mehr Geld haben und die schmeißen dann einfach Essen weg. Und das Essen war noch sehr gut. Ja, ich weiß. So sind leider manche Menschen. Ja. Lass uns jetzt zu Mama gehen und dann können wir das Essen genießen. Mhm. Mama, Mama, wir haben das Essen. Und auch noch so leckeres. Ja, das freut mich. Dann können wir es mal genießen. Mama, wieso freust du dich denn nicht über das Essen? Doch, natürlich freue ich mich. Äh, Straßenleute. Komm, lass uns hier schnell verschwinden. Oh, und schau mal, ihr Essen ist bestimmt aus der Mülltonne. Äh, widerlich. Ja, aber du hast da was vergessen. Sie können sich ja nichts leisten. Ja. Wie könnt ihr nur so fies sein? Ihr wisst schon, dass wir direkt neben euch stehen. Wir können es halt. Und das war zwar Essen aus der Mülltonne, aber es ist trotzdem ganz frisch und lecker. Von Leuten wie ihr, die das einfach wegwerfen. Weil sie natürlich ihr Geld nicht schätzen. Oh Mann, wie kann man nur so fies sein? Mach dir nichts draus. Ja, das sind einfach nur irgendwelche gemeinen Kinder. Du Schatz. Ja, was ist denn? Wir müssen reden. Fällt dir auch auf, wie traurig Melina immer ist? Ja, aber wir können da leider nichts dran ändern. Oh doch, wir müssen was ändern. Wir können doch nicht unser ganzes Leben hier auf der Straße hocken. Ja, das stimmt schon. Und außerdem hat Melina noch so einen ganzen Weg vor sich. Ja, das ist doch bestimmt ganz gemein für sie. Immer traurig zu sein, nie richtig essen können. Und vor allem ihr ganzes Leben auf der Straße leben. Oh ja, wir müssen was tun. Und ich hab auch eine Idee. Und die wäre? Wir klauen Sachen von den Leuten und verkaufen sie dann. Oh nein, Sandra, das kommt nicht in Frage. Aber was können wir denn dann machen? Stimmt. Okay, lass uns das durchziehen. Ja, endlich hörst du mal auf mich. Gleich morgen früh fangen wir mit klauen an. Ach, hab ich gut geschlafen. Oh, Mama und Papa schlafen noch. Dann lass ich sie mal schlafen. Oh, Mama, darf ich Geld geben? Aber klar doch. Hier, bitte sehr. Oh, danke schön. Bitte, tschüss. Tschüss. Läuft ja gut heute. Ich glaube, der Tag wird heute besser. Glaub mir. Oh, äh, wieso denn? Ach, nichts. Okay. Aufstehen, Papa. Äh, äh, ja, guten Morgen. Du, Melina, magst du denn nicht etwas vorne im Hof spielen? Oh, äh, wieso? Ich dachte, du magst spielen. Mama, du weißt doch, ich spiele nicht alleine. Komm schon, Schatz, bitte. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Huh, jetzt sind wir sie los. Du, Schatz, ich glaube, sie wird Verdacht schöpfen, wenn wir zu zweit losgehen. Gut, dann machen wir so. Einer bleibt mit Melina hier und der andere geht klauen. Okay, wer? Ist mir egal. Hauptsache, wir haben heute genug geklaut. Du kannst gehen und ich kümmere mich um Melina. Alles klar. Na dann, bis später. Bis später. Mama, hab keine Lust mehr. Ist in Ordnung. Wo ist Papa? Äh, ähm, Papa, äh, weißt du, der, der, der muss noch, ähm, ähm, der hat Essen. Äh, okay. Mama, du verhältst dich sehr verdächtig. Nein, das tue ich nicht. Hm, also ich sehe das anders. Okay, ich bin drin. Aber wie kann ich die Frau ablenken, damit ich in Ruhe klauen kann? Ah, ich hab ne Idee. Ähm, Entschuldigung, ich hab beobachtet, dass es da hinten Streit gibt. Oh, wirklich? Vielen Dank fürs Sagen. Bitte, bitte, liebend gern. Ja, liebend gern, wirklich. Tja. Aber jetzt los. Ich muss mich beeilen. Ah, so ein Handy ist ganz neu. Das verkaufe ich. Ah, und noch so einen teuren Laptop. Hm, ich brauch eine Tasche. Ah, dort hinten ist eine Tasche. Ich hol die mal schnell. Okay, in die Tasche nehme ich ganz viele Handys mit. Vielleicht noch dieses. Dann das hier. Das sieht gut aus. Das reicht erst mal, sonst ist es auffällig. Schau mal, wie viel ich ergattert habe. Das ist bestimmt locker 3.500 Euro wert. Oh mein Gott, du bist ein Schatz. Weißt du was, Schatz? Melina hat fast Verdacht geschöpft. Beim nächsten Mal geh ich klauen. Du kannst dir besser Ausreden einfallen lassen als ich. Alles klar, aber jetzt lass uns es verkaufen. Ja. Melina schläft grad sowieso tief und fest. Okay. Technische Geräte zum Verkaufen. Oh wie super, mein Handy ist sowieso kaputt. Dann nehme ich gleich dieses Weiße hier. Alles klar. Für wie viel Euro? Für 1.000 Euro. Äh, denken Sie nicht, dass das etwas übertrieben ist? Ich mein, für ein gebrauchtes Handy? Nein, das ist doch nicht gebraucht. Das ist niegelnagelneu. Och, das wusste ich nicht. Könnten Sie vielleicht trotzdem mit dem Preis etwas runtergehen? Okay, wie wär's mit 700 Euro? Ja, okay. So, bitte sehr. Danke. Dankeschön. Tschüss und einen wunderschönen Tag noch. Hat doch schon mal perfekt geklappt. Hier lagern wir das ganze Geld auf. So wird es nicht geklaut. Obwohl wir selber klauen. Aha, aha. Die Obdachlosen verkaufen technische Geräte. Das wusste ich ja noch gar nicht. Dankeschön. Stopp. Handy her. Wenn du das kaufen willst, dann gerne. Aber klauen geht gar nicht. Nein, ich will nichts kaufen. Tschüss. Was für eine Frechheit. Oh, Papa. Ich brauch so einen Laptop. Zum Bearbeiten von meinen Videos. Ich hab doch einen YouTube-Kanal. Bitte. Alles klar, mein Sohn. Wir kaufen ihn dir. Hallo. Wie viel kostet der Laptop bitte? 1000 Euro. Oh, das ist ja günstig. Wir kaufen es. Bitte sehr. Oh, tut mir leid. Wir haben das leider nicht passend. Alles in Ordnung. Viel Spaß damit. Danke. Haha. Oh mein Gott. Einfach 1700 Euro heute verdient. Wie viel man mit Klauen verdienen kann. Und so klauten die beiden Tag für Tag. Und verheimlichten es immer noch ihrer Tochter Melina. Denn die hatte von dem Ganzen gar keine Ahnung. Sie klauten, bis sie genug Geld für eine Wohnung hatten. Was seid ihr denn so fröhlich? Und wieso verhält ihr euch in der letzten Zeit so komisch? Ich glaube, ihr verheimlicht mir etwas. Oh ja, Melina. Du hast recht. Wir verheimlichen dir sehr viel. Denn wir haben etwas für uns organisiert. Deshalb waren wir in der letzten Zeit so komisch. Was? Du musst einfach mitkommen. Okay. Halte bitte immer noch deine Augen zu. Und gleich darfst du sie öffnen. Ich zähle auf drei. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt drei. Oh mein Gott. Wo stehen wir hier? In unserem Haus. Was? Wir haben jetzt ein eigenes Haus? Ja, wir müssen nicht mehr auf der Straße leben. Oh mein Gott. Danke, Mama. Danke, Papa. Ich hab euch so lieb. Das Haus sieht so wunderschön aus. Genau mein Geschmack. Aber warte, Mama. Wie habt ihr das angestellt? Äh, ja. Also wir, wir. Wir haben einen kleinen Job gefunden. Deshalb waren wir in der letzten Zeit so komisch. Oh, ihr habt einen Job gefunden? Ja, genau. Und damit haben wir so lange verdient, bis wir uns diese Wohnung kaufen konnten. Ihr seid wirklich stark, Mama und Papa. Danke. Und weißt du was? Gleich wird's noch besser. Geh mal rechts entlang. Hä? Na hopp. Trau dich. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Mama, Papa. Ich hab jetzt sogar mein eigenes Zimmer. Ja, genau. Wow. 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 Ich bin sprachlos. Ich heule fast vor Freude. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich bei euch bedanken kann. Danke, Mama. Danke, Papa. Aber Mama, Papa. Jetzt haben wir zwar eine wirklich schöne Wohnung. Aber mir gefällt mein Aussehen nicht. Ich wollte fragen, ob ihr das Geld für neue Kleider und eine neue Frisur habt. Das wäre mein letzter Wunsch. Das wäre mein letzter Wunsch. Aber klar. Natürlich, Schatz. Für dich doch immer. Äh, was? Danke. Wow, Mama. Ich gefällt mir so. Ja, ich mir auch. Ja, ich mir auch. Wir sehen wirklich toll aus. Danke vielmals nochmal für eure harte Arbeit, die ihr da geleistet habt. Äh, ja, ja. Wir haben wirklich sehr hart gearbeitet. Mhm, total. Ja, das merkt man auch. Mhm. Ach, erste Nacht in meinem Bett. Ich bin schon total müde. Wie es sich wohl anfühlt, in einem richtigen Bett zu schlafen? Das weiß ich ja noch gar nicht. Jetzt gehe ich schlafen. Ach. In dieser Nacht konnte Melina leider gar nicht schlafen. Sie träumte von Monstern und wilden Tieren. Bis sie plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt wurde. Ha, was war das? Ich habe so Angst. Sollte ich mal nachschauen? Ich weiß es nicht. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht mehr den Unterschied zwischen Traum und Realität. Ich glaube, ich gucke mal ganz vorsichtig nach. Oh nein, wieso sind unsere Goldstücke nur runtergefallen? Ich hoffe, wir haben Melina nicht geweckt. Ja, das hoffe ich auch nicht. Aber merkst du, wir haben einfach ganze zwei Schränke voller Gold und Geld. Ja, das haben wir hart erarbeitet, so wie Melina denkt. Du, wollen wir heute noch klauen gehen oder erst morgen? Ich glaube morgen, denn heute ist es schon viel zu spät. Ja, glaube ich auch. Sonst werden wir irgendwann mal noch reich. Und dann schöpft Melina wirklich Verdacht. Und das wollen wir ja nicht. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Ich verstehe das nicht. Meine Eltern sind Diebe. Wie kann das sein? Ich will keine Eltern haben, die klauen. Am Ende landen sie noch im Gefängnis. Und dann bin ich wieder obdachlos. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Moment mal. Das heißt, die Wohnung ist quasi auch geklaut. Alle Sachen hier drin sind geklaut worden. Also, das haben sie natürlich schon gekauft. Aber mit dem Geld. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Morgen denke ich darüber nach, was ich machen kann. Die restliche Nacht war es zum Glück gemütlich in meinem Bett. Aber was ich gestern mitbekommen habe... Guten Morgen, Mama. Oh, guten Morgen, mein Schatz. Wie geht es dir? Weißt du, was mit ihr ist? Nö, ich weiß es nicht. Glaubst du, sie hat letzte Nacht etwas mitbekommen? Ich weiß es nicht. Wir hätten sie doch gesehen. Wird sich noch zeigen. Boah, die lügen die ganze Zeit. Aber ich weiß alles. Mama, lass mich mal was gucken. Ihr dürftet schon die ganze Zeit auf dem Fernseher gucken. Los, runter da. Also wirklich, wie verhältst du dich denn? Ja, sagt genau die Richtige. Hä? Äh, nichts. Lass mich jetzt trotzdem was gucken. Okay, so wie du willst, mein Schatz. Wir sind draußen im Garten, okay? Ja, stellt bloß nichts Doofes an. Äh, was hast du gesagt? Nichts, nichts. Verschwindet nur. Melina, ich weiß nicht, was mit dir los ist. So verhältst du dich nie. Ist ja gut. Wie gesagt, wir sind im Garten. Ja, was läuft denn da im Fernseher? Hallo, gut, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder sehr wichtige Nachrichten. Die Polizei sucht seit langer Zeit nach zwei Verbrechern. Sie klauen rund um die Uhr. Wer weiß, wie viel Geld sie bereits besitzen. Aus Überwachungskameras weiß die Polizei zum Glück, wie sie aussehen. Die eine ist eine Frau und der andere ist ein Mann. Beide haben kastanenbraunes Haar und tragen zerrissene Klamotten. Die Polizei würde sich wirklich sehr freuen, wenn jemand bei ihnen anruft, der die Verbrecher gefunden hat. Und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht. Oh nein, 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 nein. Jetzt sucht sogar noch die Polizei nach ihnen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie ins Gefängnis kommen. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mit ihnen spreche. Mama, Papa. Also erstmal wollte ich mich bei euch beiden entschuldigen, dass ich vorhin so gemein war. Aber ich muss mit euch reden. Oh, um was geht's denn? Ja. So, habt ihr wirklich einen Job? Oder wie verdient ihr überhaupt euer Geld? Äh, Schatz, du weißt doch, dass wir einen kleinen Job haben. Aha. Und wieso? Habe ich gerade Nachrichten geguckt und gehört, dass zwei Polizistinnen nach zwei Verbrechern suchen, die komischerweise kastanienbraunes Haar haben und zerrissene Kleider tragen. Ist das nicht ein Zufall? Äh, was, Polizisten? Ja. Äh, aber wie kommst du denn darauf, dass wir das gewesen sind? Ich habe einen Beweis. Denn gestern Nacht hat mich ein lautes Geräusch geweckt. Dann wollte ich natürlich gucken, was das ist. Und ihr glaubt es nicht, was ich sah. Ich sah zwei Verbrecher, die zwei Schränke besaßen. Und in den Schränken versteckten sie geklautes Geld und Gold. Okay, du hast uns ertappt. Tut uns leid. Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr mir das antun? Melina, wir wollten nur, dass du glücklich bist. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu klauen. Ihr wolltet, dass ich glücklich bin? Nur um das ging es euch? Ihr wolltet wirklich nicht reich werden? Ja, mit dir sind wir schon reich. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann geht es uns auch nicht gut. Danke. Aber jetzt ist es zu spät. Die Polizei, die sucht euch schon. Sobald sie euch findet, landet ihr im Gefängnis und ich werde obdachlos. Dann bin ich doppelt und dreifach nicht mehr glücklich. Mit euch war ich glücklich. Auch wenn es von außen nicht so aussah. Was können wir tun, Melina? Ich weiß es nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen. Nein, bitte tu das nicht. Wenn wir die Wahrheit sagen, dann wird nichts Schlimmes passieren. Glaub mir. Melina, ich weiß es ist schwer, aber stell dir vor, die Polizei würde dann plötzlich bei uns klopfen. Und die Wahrheit würde so rauskommen. Lieber das oder dass wir zur Polizei hingehen und die Wahrheit sagen. Okay, dann gehen wir zur Polizei und dir sag die Wahrheit. Schatz, du musst wissen, egal was passiert, wir lieben dich über alles. Okay, ich weiß. Oh, hallo, was führt euch zu uns? Wir wollten sagen, wir sind die Verbrecher. Es ist wirklich sehr nett, euch für die Verbrecher einzusetzen, wenn ihr sie kennt. Aber das ist wirklich nicht nötig. Doch, wir sind es wirklich gewesen. Ja, ich erkenne eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Video von der Überwachungskamera. Ja, wenn man genau hinsieht, ja. Wir waren obdachlos und Melina ging es gar nicht gut. Melina ist übrigens unsere Tochter. Deshalb dachten wir, wenn wir etwas mehr Geld hätten, dann würde es Melina besser gehen. Deshalb haben wir angefangen zu klauen. Das hat sogar sehr gut geklappt, denn wir konnten uns dann unsere eigene Wohnung kaufen und unser Aussehen ändern. Und Melina hat sich auch wirklich gefreut. Ist das so, Melina? Ja, schon. Doch dann habe ich herausgefunden, dass meine Eltern die Diebe waren. Und da war ich erstmal geschockt. Und gleich am nächsten Tag habe ich ihre Sendung angeguckt. Ja, und da musste ich mit meinen Eltern darüber reden. Also zuerst, es ist sehr beeindruckend, dass ihr freiwillig hergekommen seid. Wir hatten noch nie Verbrecher, die freiwillig hergekommen sind und einfach die Wahrheit gesagt haben. Das finden wir wirklich großartig und mutig von euch. Andererseits müssen wir leider sagen, dass ihr trotzdem für eure Straftaten ins Gefängnis gehen müsst. Aber da ihr die Wahrheit gesagt habt, nur für zwei Wochen. Puh, immerhin. Seht ihr, es lohnt sich die Wahrheit zu sagen. Zum Glück. Ich verstehe das nicht. Was passiert dann mit mir? Ich gehe. Okay. Hey, Melina, was ist denn los? Wenn meine Eltern ins Gefängnis gehen, wer passt denn in der Zeit auf mich auf? Weißt du was? Wir werden für dich eine Lösung finden. Okay. Okay. Mama, Papa, kann ich bitte Mama und Papa noch Tschüss sagen? Okay. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Weißt du, wo du dann in den zwei Wochen hingehst? Die Polizistin hat gesagt, dass sie noch eine Lösung findet. Okay. Tschüss, Papa. Tschüss, mein Schatz. Ich hab dich so lieb. Und ich dich auch. Euch beide. Melina, wir haben eine Frage. Verzeihst du uns eigentlich? Naja, das, was ihr getan habt, war ja schon sehr schlimm. Aber ihr seid meine Eltern. Ich muss euch natürlich verzeihen. Ich liebe euch so sehr. Und ich meine, ihr bekommt ja gerade eine schlimme Strafe. Da muss ich euch verzeihen. Du bist die beste Tochter. Alles wird gut. Tschüss. 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 Also, Melina, ich hätte da eine Frage. Hast du vielleicht hier irgendwo in der Nähe Verwandtschaft oder so? Nicht, dass ich wüsste. Melina, dann bleibt uns nur eins übrig. Dass du für zwei Wochen ins Kinderheim gehst. Schau mal, es ist sowieso nur für zwei Wochen. Und es kann da auch Spaß machen. Vielleicht findest du sogar eine neue Freundin. Okay, wenn es nichts anderes gibt, wo ich hingehen kann, dann bleibt ja nur das übrig. Vielleicht, vielleicht wird es da ja auch gut. Hoffe ich zumindest. Dann wäre das auch geklärt. Und natürlich darfst du, wann du willst, deine Eltern hier besuchen. Du musst nur der Erzieherin des Kinderheimes Bescheid sagen. Wie gesagt, tschüss Mama, tschüss Papa. Bis in zwei Wochen. Ich komme euch jeden Tag besuchen. Ja, wir freuen uns schon auf dich, Melina. Tschüss. Zwei Wochen später. Mama! Melina! Melina, wir haben dich so vermisst. Endlich ist es soweit. Zum Glück muss ich nicht mehr in diesem doofen Kinderheimzeit verbringen. Ja, lass uns jetzt nach Hause gehen. Tschüss! 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 Okay, würde ich sagen. Aber einer muss doch hier aufpassen. Wer macht das heute? Ich kann's machen. Gut, dann gehen wir. Kommst du, Nele? Ja, ja. Bis gleich, Papa. Bis gleich. Wir sind wieder da. Die Verkäufer haben einfach so frisches Essen in die Mülltonne geworfen. Dabei war das noch nicht mal verschimmelt. Wie gut, dass ihr das für uns geholt habt. Gut, dann lass uns es mal genießen. Und woher habt ihr die Tasche? Die lag neben der Mülltonne. Das war gut, denn so können wir jetzt immer in der Tasche Essen holen. Ja. Ich bin Pappsatt. Und ich erst. Dann können wir uns dieses Essen für morgen zum Frühstück aufheben. Ja, genau. Wer möchte mit mir einen kleinen Abendspaziergang machen? Darf ich mitgehen? Gut, Schatz. Dann kannst du ja hier aufpassen. Ja, ich möchte mich sowieso ein bisschen ausruhen. Okay, dann bis später. Okay. Ja, bis später. Habt Spaß. Danke. Papa, das ist auch mal schön, so spazieren zu gehen. Ja. Ja. Oh, Papa, schau mal, was da liegt. Zeig mal. Da steht Erdbeersaft. Darf ich? Bitte. Tut mir leid, Nede. Aber es könnte sein, dass es Seenleuten gehören, die hier wohnen. Hm, wie schade. Nede, mein Schatz, ich glaube, wir sollten jetzt nach Hause gehen. War es schon, aber wir waren noch nicht lange hier. Aber ich bin ein bisschen erschöpft. Hm, darf ich vielleicht noch hierbleiben? Bitte. Okay, du weißt ja, wo unser Platz ist. Ja, genau. Ich komme dann. Gut, dann bis später. Bis später. Diese Abendluft, die ist immer so schön. Papa, Papa, ich will jetzt spielen gehen. Darf ich? Aber wir wollten doch einen schönen Spaziergang machen. Ich weiß. Aber im Spaziergang darf ich doch mich austoben. Das hast du mir versprochen. Okay, ich bin hier, falls du etwas von mir brauchst. Danke, danke, Papa. Und später am Abend darf ich dann in den Pool, oder? Ja, ja, heute ist ja Wochenende. Juhu! Wer bist du denn? Lass mich in Ruhe. Kein Wunder, dass ich dich in Ruhe lassen soll, so wie du aussiehst. Wo kommst du denn her? Ja, ich bin obdachlos. Naja, meine ganze Familie und ich sind obdachlos. Ja, haha. Und du? Was fragst du so blöd? Ich habe ein Haus. Ein mega, mega schönes Haus. Mit Pool drin. Und ich darf da heute rein. Ha! Cool, dann wünsche ich dir doch viel Spaß. Ja, ich würde dir auch gerne viel Spaß wünschen. Aber ich weiß ja schon, dass du keinen Spaß haben wirst. Naja, tschüss. Hm. Ich will am liebsten jetzt schon in den Pool. Darf ich? Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Okay, aber Beeilung. Ja. Dann gehe ich mal zu Mama und Papa. Oh, Mama und Papa schlafen ja schon. Ich glaube, ich sollte jetzt auch schlafen. Oh Mann, dieses Mädchen war wirklich gemein zu mir. Was könnte ich nur tun, damit es uns endlich gut geht? Aber jetzt schlafe ich. Äh, heute habe ich gut geschlafen. Ihr? Ja, ich habe auch gut geschlafen. Lass uns frühstücken. Oh Mann, hier stinkt es so. Wie kann man nur hier auf so einer Straße wohnen? Einfach nur widerlich. Komm, Mutter. Gehen wir in unser schönes, warmes Zuhause, das nicht so stinkt. Ja, du hast recht, mein Schnuckeputz. Schnell weg von hier. Sonst holen wir uns noch irgendwelche Krankheitserreger ein. Ja. Wie gemein kann man sein. Schatz, wir können nichts anderes machen. Aber wie kann man nur so gemein zu uns Armen sein? So sind manche Leute eben. Beruhige dich, mein Schatz. Alles wird gut. Okay. Ich muss euch was sagen. Was ist denn, Schatz? Gestern Abend, als Papa schon vom Spaziergang nach Hause gegangen ist und ich noch da bleiben wollte, ist mir ein kleines Mädchen begegnet. Die war richtig gemein zu mir und hat angegeben, wie gut es ihr geht und wie schlecht ich aussehe. Das war richtig gemein. Mach dir nichts draus. So sind die kleinen Kinder von heute. Nein, das liegt nur daran, weil wir arm sind. Alles wird gut, mein Schatz. Du hast ja noch uns. Danke. Oh Mama, schau mal. Das ist das hässliche Mädchen, das ich letzte Nacht begegnet bin. Nein, sag sowas nicht. Auch wenn sie arm ist, heißt das nicht, dass sie hässlich ist. Ich finde sie ganz schön. Mama, du weißt ja wirklich nicht, was schön ist und was hässlich ist. Benimm dich. Hallo, schönen Tag noch. Oh, vielen lieben Dank. Das ist wirklich nett von Ihnen. Lina, sag du auch mal Hallo. Hallo. Können wir jetzt weiter, Mama? Ich fühle mich sehr komisch bei Ihnen. Sie wissen bestimmt, dass sie das nicht so meint. Sonst ist sie eigentlich nie so. Ja, ja, ja. Sie ist ja noch klein. Wie kannst du es wagen, mich klein zu nennen? Ich bin schon groß. Komm, Lina. Wir müssen jetzt weiter. Dringend. Hm. Also auf jeden Fall benimmt sich Lina nie so. Tötet mir sehr leid. Macht nichts. Wir verstehen das schon. Lina, jetzt werde ich aber sauer. Komm. Ja, ja. Sag ich doch. Schaut, wie gemein die ist. Aber die Eltern, die sind sehr lieb. Ja, finde ich auch. Mhm. Weißt du was? Lina hat sich vorhin richtig schlimm benommen. Die Familie war zwar obdachlos, aber trotzdem heißt das nicht, dass sie richtig hässlich und dumm sind. Ganz im Gegenteil. Sie waren richtig nett und liebevoll. Und ich wusste einfach nicht, wieso sich Lina so benommen hat. Ich meine, sonst ist Lina nie so. Ja, ich merke auch in der letzten Zeit, dass sie so ist. Komm, wir reden mit ihr. Lina, kommst du mal bitte? Was ist denn? Ich war gerade am Baden. Wir wollten dich nur fragen, wieso du dich vorhin gegenüber den Obdachlosen so verhalten hast. Weil dieses Mädchen richtig gemein war. Nein, sie war nicht gemein, sondern du warst gemein. Wie kann die nur so sein? Hm. Ach, ist egal. Lassen wir sie einfach. Sie beruhigt sich schon wieder. Ja, hoffe ich. Und ich hoffe, dass wenn wir die Obdachlosen wieder treffen, dass sie dann netter zu ihnen ist. Ja, das hoffe ich auch. Was meinst du, sollten wir sie nicht mal zu uns einladen auf eine Tasse Kaffee? Ja, ich glaube, das wäre eine sehr gute Tat. Okay, lass uns gleich hingehen und sie einladen. Lina, kommst du? Lass mich in Ruhe. Wir laden die Obdachlosen zu uns ein. Auf eine Tasse Kaffee. Nein, keine Lust. Tja, aber wir sind deine Eltern und wir sagen, was du machen sollst. Also, komm mit. Hm. Lass mich runter. Tut mir leid. Hallo, tut mir leid, dass wir euch stören, aber wir hätten eine kleine Einladung für euch. Genau, wir wollten fragen, ob ihr vielleicht Lust hättet, zu uns zu kommen auf eine Tasche Kaffee und dann könnten wir uns ein bisschen unterhalten und Spaß haben. Wow, noch nie hat uns jemand eingeladen. Oh ja, das wäre wirklich toll. Hättet ihr Lust, jetzt gleich zu kommen? Nein, sie haben keine Lust. Hä, sie meint das Gegenteil. Oh ja, wir langweilen uns sowieso den ganzen Tag. Gut, wir zeigen euch dann den Weg zu uns nach Hause. Danke. Wow, wirklich ein prächtiges Haus, das ihr da habt. Oh ja, das gefällt mir total. Vielen lieben Dank. Wie wäre es, wenn wir uns zuerst alle kennenlernen und uns die Namen verraten? Ja, gerne. Also, du fängst an. Mein Name ist Lina. Und sag noch schnell, wie alt du bist. Und ich bin sechs Jahre alt. Zufrieden? Hm. Mein Name ist Nele. Und ich bin neun Jahre alt. Mein Name ist Marc. Und ich bin 35 Jahre alt. Mein Name ist Melanie. Und ich bin 40 Jahre alt. Mein Name ist Magnus. Und ich bin 25 Jahre alt. Also, ich bin Rosalina. Und bin 24 Jahre alt. Sind wir durch? Ja, ich denke schon. Lina, zeig der Nele bitte dein Zimmer. Nein, mag ich nicht. Lina, sei doch so nett. Komm mit. Hey Nele. Ich mach das nur, weil das meine Mutter gesagt hat. Ich mag dich nämlich nicht. Ich würde gerne mit dir befreundet sein. Tja, ich aber nicht mit dir. Ich seh fern. Können wir bitte tanzen? Nein. Ach, komm schon, Lina. Lina, bitte. Danceen. Okay. Danke, Lina. Das hat total Spaß gemacht. Bitte, bitte. Naja, für mich hat das gar keinen Spaß gemacht. Was wollen wir jetzt machen? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich gehe in den Spieleraum. Kommst du mit? Ja. Ich wurde seit langem nicht mehr so verwöhnt. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Das ist doch unsere Pflicht, so etwas zu tun. Ja, das machen wir gerne. Danke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nichts zu danken. Wir sollten euch danken. Ja, schließlich habt ihr uns eingeladen. Und das war wirklich nett. Wir schätzen das sehr. Danke. Wir haben noch zum krönenden Abschluss eine kleine Überraschung für euch drei. Mein Mann holt es schnell. Ich bin wieder da. Und zwar, wir dachten uns, dass wir euch zum Abschluss noch etwas Geld mitgeben. Damit ihr euer Leben auch mal genießen dürft. Also, hier bitteschön. Oh mein Gott, danke. Wow, so viel Geld. Wir schätzen das sehr, dass ihr uns das gegeben habt. Aber wir können das leider nicht annehmen. Also, hier bitteschön. Nein, nein, nein. Nehmt das. Wir schenken euch das. Wir haben eh genug Geld. Ihr seid wirklich die netteste Familie, die wir je kennen. Bitte, bitte. Das tun wir gerne. Genießt das Geld und kauft euch alles, was ihr braucht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich euch danken kann. Ihr habt uns so glücklich gemacht. Nichts zu danken. Genießt es jetzt einfach. Wir kommen dann nochmal vorbei, ja? Und wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne vorbeikommen und uns besuchen kommen. Dann können wir zum Beispiel auch was zusammen machen. Genau, Nele hat recht. Das machen wir. Dann tschüss. Tschüss. Mama, Papa, ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass sie sowas für uns getan haben. Ähm, ja, die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Herz. Ja, finde ich auch. Total. Können wir vielleicht shoppen gehen und unser Aussehen etwas abändern? Ja, von mir aus. Okay, los geht's. Lass uns etwas Spaß haben. Okay, los geht's. Und da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist toll auch mal etwas anderes zu essen, anstatt immer Gemüse von der Mülltonne Ja, da hast du recht Übrigens, ihr zwei sieht richtig anders aus Richtig schön Danke Mama, du auch Ich hätte noch Lust auf eine Pizza Oh ja, ich hatte noch nie Pizza Okay, lass uns das mal ausprobieren Mh, das duftet so herrlich Und schmeckt auch fantastisch Ich würde sagen, dass wir mal der Familie Stein ein riesen Dankeschön geben sollen Ja, denn ohne sie könnten wir uns das Ganze nicht leisten Okay, gehen wir hin Nur vor der Lina habe ich ein bisschen Angst Sie mag mich nicht so besonders Mama, wer ist das? Öffne die Tür Hallo, kennen wir uns? Wir wollten Ihnen nochmal richtig arg Danke sagen Okay, und wofür? Ohne euch könnten wir das doch nicht machen Ah, das seid ihr, richtig? Genau richtig Wir sind schwer wieder zu erkennen Ihr seid zwar schwer wieder zu erkennen vom Äußeren Aber vom Inneren seid ihr immer noch gleich Boah, nee Hm, sie mag mich wohl immer noch nicht Hey Nele, alles wird gut Sie braucht nur ein bisschen Zeit Hoffe ich Kommt da rein, ihr seht toll aus Okay Und wie hat es euch gefallen? Richtig gut, shoppen zu gehen macht echt Spaß Ja, ich ging noch nie shoppen Und dieser Tag war der beste der ganzen Welt Das freut uns aber Wisst ihr was? Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch Ach, kommt mir bitte nicht mehr mit kleiner Überraschung Das hier war eine riesen Überraschung Ihr seid wirklich die Besten Ja, dann haben wir noch eine große Überraschung für euch Und zwar Wir haben für euch ein kleines Wohnort gemietet Dort dürft ihr dann die ersten Jahre leben W-w-w-was? Was? Was? Oh, das ist der Wahnsinn Wir wissen nicht, wie wir euch danken können Ich weiß, das haben wir schon so oft gesagt Aber ihr seid einfach die Besten Vielen Dank Vielen Dank Ja, vielen Dank Bitte, bitte Wir müssen doch für unser Geld irgendwas tun Und zwar, unser Ziel war, armen Menschen zu helfen Und dieses Ziel haben wir auch umgesetzt Ja, das habt ihr auf jeden Fall Na dann, ihr dürft heute gleich einziehen Heute schon? Oh, danke, danke, danke Vielen Dank Danke Tut mir jetzt wirklich leid, Nele Dass ich immer so gemein zu dir war Und letztes Mal, als ich mich bei dir entschuldigt habe Das war wirklich nicht ernst gemeint Aber diesmal ist es ernst gemeint Ich hoffe, du kannst mir verzeihen Bitte Entschuldigst du dich gerade nur, weil ich mich vom Aussehen geändert habe Oder vom Herzen Vom Herzen Wirklich Oh, Lina Natürlich verzeih ich dir Danke Können wir beste Freundinnen sein? Ja, wir sind die besten Freunde für immer und ewig Juhu Na dann, genießt eure Wohnung Viel Spaß darin Danke Ihr dürft uns so oft besuchen kommen, wie ihr wollt Ich meine, ihr habt sie ja bezahlt Vielen Dank Aber ihr dürft genau dasselbe tun Danke Wir haben euch eine Arbeit besorgt So könnt ihr in der Zukunft euer Leben selber finanzieren Danke nochmal vielmals Wir wissen wirklich nicht, wie wir uns danken können Das haben wir schon so oft gesagt Aber es ist nun mal so Ja, danke nochmal Bitte, bitte Bitte Aber jetzt verschwinden wir mal lieber Wie schon gesagt, kommt uns auf jeden Fall besuchen Ja, werden wir machen, aber ihr auch Gut dann, tschüss Tschüss Wow, das ist eine wirklich coole Wohnung Mama und Papa Ja, und Familie Stein hat es uns einfach bezahlt Die sind wirklich sehr großzügig und nett Ja, mehr als das Ich schau mir mal mein Zimmer an Wow, ich hab sogar ein Hochbett Das ist der Wahnsinn Ich schlaf natürlich oben Und so viel Spielzeug Das hatte ich noch nie Murmeln Cool Das ist so cool Wir haben uns auch gerade diese schöne Wohnung angeschaut Und es ist sehr prachtvoll Ich weiß, das ist schon der Wahnsinn Vor ein paar Tagen waren wir noch arm Und jetzt haben wir einfach eine eigene Wohnung Und das haben wir nur Familie Stein zu verdanken Juhu